Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Gerhard Oster, 45 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, sind verheiratet, Werkstattleiter und nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Sie wissen aber, dass es darum geht, die Angeklagte soll ihrem eigenen Bruder am Parkplatz vor seinem Autohaus diese Aale in den Rücken geräumt haben, als Sache dafür, dass er Sie am Mittag gekündigt hatte. Ich war ja von der Werkstatt aus zum Büro, wollte eine Bestellung aufgeben und da habe ich dann mitbekommen, dass Ralf sie, die Monika, entlassen hat, frisslos. Das habe ich so am Rande mitbekommen. Der Gerhard ist mein bester Mitarbeiter und Mitarbeiter auch der ersten Stunde. Ihm vertraue ich auf jeden Fall blind. Ich war ja dabei, wie dann Ralf Monika gebeten hat, also seine Schwester, dass sie die Tasche mal öffnet und hat schön ein Paket, Kopierpapier in der Tasche gefunden. Hat sich Ralf natürlich richtig aufgeregt und hat gesagt, dass man auf so Gittert nicht geklaut wird, bei uns nicht. Und das hat Konsequenzen, Monika, und das hat er richtig gemacht, muss ich sagen. Weißt du, du warst nicht nur feige, sondern auch hinterhältig. Warum hast du nicht gleich die ganze Belegschaft zusammengeträumt? Hättest du mich noch mehr dümen können? Das wollte ich doch überhaupt gar nicht. Ach was? Ich habe ständig versucht, dir klarzumachen, dass das so irgendwann mal Konsequenzen haben wird. Aber das hat dich überhaupt nicht interessiert. Und deshalb wollte ich Gerhard Auen auch dabei haben. Dann hättest du dich nämlich nicht wieder da rausrinden können. Gab es denn öfter Probleme mit der Angeklagten? Ja, sicher. Hat er dauernd Sachen aus dem Büro mitgenommen, ne? Ja. Ach, hör doch auf. Hast er dauernd gemacht. Und als der Ralf nicht da war und krank war, hast du die Chefin raushängen lassen, als wenn der Name an dir gehörte. Ich habe lediglich ein paar klare Ansagen gemacht und das war auch bitter nötig, sonst wäre nämlich überhaupt nichts mehr gelaufen. Einer muss das machen. Monika, aber vielleicht aber nicht von dir. Das muss ich sagen. Und du bist nur so lange durchgekommen. Nur, ehrlich, nur so weit lange durchgekommen. Warum? Weil Ralf krank und schwach war und nicht durchgreifen konnte. Das war dein Glück. Und jetzt sag aber auch, warum ich das gemacht habe. Weil sonst überhaupt gar keiner mehr gearbeitet hätte. Die hätten alle nur noch Pause gemacht. Ich musste da was sagen. Monika, der Ton macht die Musik. So geht das nicht. Und deine Abmahnung. Die war ein echter Oberhammer. Was wissen Sie über die Abmahnung? Ja, sehr witzig. Sie ist im Betrieb hergegangen. Für die Menschen, die sie nicht leiden konnte, Mitarbeiter, hat sie eine Abmahnung ausgestellt. Das war echt lustig. Ja, für mich jedenfalls. Ha, ha, ha. Ja, kann man eigentlich lustig nehmen, weil wenn sie dazu nicht befugt waren, dann sind die Abmahnungen natürlich unwirksam. Ja, die sind nicht die. Ralf hat das sofort aufgeklärt. Er ist ja zu allen hin. Aber war für die Stimmung im Betrieb. Da war es echt das Gift. Ich habe, als ich aus dem Krankenhaus war, dann auch trotz allem meine Schwester immer wieder in Schutz genommen, wenn sowas kam. Ich habe einfach gehofft, dass sie im Verlaufe der Zeit dann irgendwie sich ändert und diesen Blödsinn einfach sein lässt. Ich wollte doch einfach nur, dass alles gut läuft. Verstehst du das nicht? Geht das nicht in deinen Schädel? Das war aber nun mal nicht dein Job. Doch, irgendwie schon. Du warst da total überfordert mit der Situation. Ja, das stimmt ja auch. Und als ich dann aus dem Krankenhaus kam, dann musste ich natürlich auch durchgreifen. Das habe ich auch getan. Und das habe ich auch getan, indem ich dir gezeigt habe, wer hier der Chef in meinem Hause ist. Danke auch. Und das muss ich auch sagen, er hat das sehr human. Er hat hier aufgeschrieben, sogar auf Zettelchen, detailliert, was sie zu machen hat. Hat sich aber nichts gehalten. Voll lächerlich. Selbst an Gespräche unter vier Augen mit Ina Sauni ernst genommen. Das hat sie alles nicht interessiert. Und dann habe ich halt einfach mir keinen anderen Rat mehr gewusst und habe ein Personalgespräch dann eben geführt, wo auch Herr Oster mit dabei war. Ich habe es sogar protokolliert, damit sie sich wieder rausregeln. Ja, nicht, dass du Alzheimer bekommst, ne? Ja, ja, ja. Und was hat sie gemacht? Nichts dran gehalten. Hat die Mitarbeiter wieder weiter schikaniert. Irgendwie. Da gab es echt Probleme. Ich musste doch schauen, dass es läuft, wie oft soll ich das noch sagen? Und dieses Personalgespräch, ja, das haben Sie initiiert, das haben Sie ihm eingeredet. Er war ja überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Sie stecken doch dahinter. Die ist echt beratungsresistent. Ehrlich, an Ralf seine Stelle. Ach, sicher, hätte ich die Notbremse schon viel hergezogen. Niere hin, niere er. Haben Sie Angeklagte denn nach der Kündigung noch mal gesehen? Nach Ihrem Wutanfall, die hätten Sie mal sehen sollen, bin ich erst mal ins Büro, hab die Bestellung gemacht. Und nach der Bestellung bin ich dann ab in die Werkstatt. Da war sie zum Glück schon weg. Ihr Chef hat vorhin gesagt, dass er nach seiner OP in der Firma noch mal richtig aufgeräumt hat. Was heißt denn das auf gut Deutsch? Ja, nach seiner Kranke, also nach dieser OP, hat er sich eine Woche mal unseren Betrieb mal wieder angeguckt. Und wer noch engagiert mietarbeitet und nicht. Und wie viel sein Urteil ausmacht von meiner Mandantin abgesehen? Hier in der Werkstatt, da hab ich ein Auge drauf gehabt. Da bin ich der Leiter der Werkstatt. Aber im Büro waren ein, zwei Leute, die brauchten, also die haben nachgelassen, hat eine Abmahnung verteilt. Aber das lief dann wieder. Und die Abmahnung, die waren berechtigt. Gehe ich richtig der Annahme, dass also hierdurch er sich nicht unbedingt sonderlich viele Freunde gemacht hat. Oder nicht nur Freunde gemacht hat. Gelästert wird immer über den Chef, das wissen Sie doch. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass eben einer dieser gerückten Mitarbeiter nach Feierabend nochmal zurückgekehrt ist, sich diese Aale genommen hat, um sich beim Chef zu rächen, um ihm die Reifen aufzustechen. Die Aale da ist aus Ihrer Werkstatt? Ja. Wie ist denn der Täter eigentlich an die Aale gekommen? Sie waren doch nur in der Werkstatt, sagen Sie gerade. Herr Vorsitzender, jeder muss doch mal aufs Klo. Ich war fünf Minuten aufs Klo, kam zurück, da war die Aale weg. Die hab ich vielleicht gesucht. Ja, und können Sie sagen, ob sie vorher noch da war? Ja, sicher, da hab ich doch mit gearbeitet und die anderen Werkzeuge waren schon weggeräumt. Das waren die beiden Werkzeuge, die doch offen liegen waren, eine Pfeile oder was das war. Ist Ihnen irgendwas auf dem Parkplatz aufgefallen, als Sie der Zück in die Werkstatt gekommen sind? Nein, er ist nicht so. Aber dann hörte ich Ralf Stöhnen, ich dachte, der fährt nach Hause, dann hörte ich keinen Motor. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehst du mal gucken. Er lag da am Boden, fast regungslos. Aber meine Mandate haben Sie nicht gesehen. Nee. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Sie das gewesen sind, nachher aufzugucken. Aber ich kann mir das gerne vorstellen, dass Sie das gewesen ist. Nämlich Ihre Kisten mit Ihren Sachen stand plötzlich da. So ein Zufall. Ich war aber nicht mehr dort. Ach, hört auf. Und haben Sie die Stelle, wo diese Kiste dann angeblich stand, aus der Werkstatt überhaupt sehen können, wo Sie arbeiten? Nicht direkt. Ah, das ist ja interessant. Dann können Sie also nicht sagen, ob die Kiste schon den ganzen Tag dort stand oder nicht? Nein, aber wir sind ordentlicher Betrieb. Der Chef wird sonst motzen. Der wird so ein Rümpel am Tag nicht da rumstehen haben wollen. Da gibt es nämlich Ärger. Er greift durch. Sag ich Ihnen mal was. Ich glaube, dass diese Kiste überhaupt gar keinen Zusammenhang mit der ganzen Tat und mit meiner Mandantin steht. Mal was anderes. Wenn Sie sich mal kurz umdrehen. Kennen Sie diese Dame, die hier sitzt? Und vielleicht auch noch den Herren mit der netten Frisur ganz hinten? Ja, jeder hat eine freie Frisurwahl. Aber die beiden habe ich gesehen. Die waren auf einem Rande der Werkstatt, also auf unserem Grundstück. Rauf aufs Grundstück, zurück, rauf, zurück. Herr Maurer, was soll das Theater? Ich glaube, die beiden hatten tatsächlich vor, sich bei Ihnen zu entschuldigen, Herr Schmidt. Und haben vielleicht auch ein bisschen gewartet. Aber dann haben Sie sich es anders überlegt. Dann haben Sie sich die Aale geschnappt und wollten Ihnen eins auswischen. Wegen der Anzeige, die Ihnen drohte. Und haben in die Reifen gestochen. Und dann haben Sie sie überrascht. Und dann mussten Sie zustechen, um unerkannt zu bleiben. Sonst hätten Sie ja auf jeden Fall eine Anzeige bekommen. Nein, das stimmt nicht. Komm, hör mir auf, Lea. Du warst sauer. Du warst sauer, weil er, der Herr Schmidt, auf das Gewissen und auf deine Mutter eingeredet hat. Nur wegen ihm bist du doch überhaupt im Heim gelandet. Du warst stocksauer auf ihn. Du wolltest dich doch an ihm rächen. Und das ist dir alles gekommen. Ja, und? Ich steche doch nicht zu. Wir waren das nicht. Wir doch glaubt mir das denn hier keiner. Ja, ich glaub dir das nicht. Jetzt lassen Sie doch endlich meine Tochter in Ruhe. Sie war es doch nicht. Ich weiß, dass Lea wirklich schwierig ist. Aber sie würde niemals diese Grenze überschreiten. Und sie würde niemals mit so einem komischen Ding einen anderen Menschen verletzen. Das würde sie niemals tun. Das spricht vielleicht jetzt. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ah, das spricht vielleicht jetzt für Sie als Mutter. Aber das ist für mich kein Argument. Ich glaub auch nicht, dass sie das gewesen ist. Nämlich nach 19.30 Uhr waren die ja schon weg. Hab ich noch so einen Hinterkopf. Sind Sie sich das sicher? Ja, Herr Vorsitzender, sicher bin ich da sicher. Und wenn die noch beobachtet hätten, das hätte ich doch mitbekommen. Wir waren ja noch da. Wir waren halt weg und haben Energydrinks gekauft. Wir haben den Kiosk gesucht. Ach, das ist aber sehr eigenartig, dass sich der Besitzer dieses Kiosks aber nicht an euch beide erinnern kann. Kann ich doch nichts dafür, wenn der Alzheimer hat. Hallo, Lea, bitte. Wir versuchen hier wirklich sachlich die ganze Geschichte zu klären. Und dann erwarte ich von dir. Und ich hab gedacht, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass du eigentlich auch versuchst, sachlich zu bleiben. Ja, ja, schon gut. Aber ist doch wahr, oder? Fragen noch an den Zeugen? Keine Fragen. Lass nehmen Sie bleiben. Danke schön. Michelle Dresner, bitte. Herr Zellmann, ist der weg. Hallo, Rolf. Grüß dich. Grüß dich. Guten Tag, Frau Dresner. Nehmen Sie mal mit dir Platz. Der Nächste. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Michelle Dresner, 21 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Sie sind ledig Studentin, Verwandte oder Verschwägert sind Sie nicht mit der Angeklagten. Sie wissen, dass die Angeklagte am 21. August ihren eigenen Bruder auf dem Parkplatz vor seiner Werkstatt mit dieser Aale schwer verletzt haben soll. Sie haben auch zu dem Zeitpunkt, also auch an dem Tag meine ich, da am Empfang gearbeitet. Ja, aber lediglich nur eine Woche bevor das alles passiert ist. Haben Sie mitbekommen, als der Angeklagte gekündigt wurde? Nicht genau. In der Zeit hatte ich meine Kaffeepause. Kurz danach war ich meine Hände waschen. Da kam die Angeklagte auf die Toilette reingestürmt, total empört. Und als sie mich gesehen hat, da gingen ihre Mundwinkel sofort nach unten. Ich wusste ja von Anfang an, dass sie mich überhaupt nicht leiden kann. Es war ja auch eine blöde Situation. Ich wollte meine Ruhe haben und dann steht die da plötzlich. Naja, auf jeden Fall. Ich habe sie gefragt, was los ist. Und sie hat rumgeschrien und war total empört, dass man ihr gekündigt hat. Und sie meint zwar, es wäre jetzt nicht meine Schuld gewesen, aber dass sie alles total schwerfällt. Vor allen Dingen wegen ihrer Kinder. Und der Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, sie wünscht sich am liebsten, dass ihr Bruder an ihrer Niere verrecken würde. Das habe ich nie gesagt. Zu 100 Prozent. Ich kam mich genau an diese Wortwahl genannt, Herr Richter, weil in dem Moment lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich war mit ihr alleine, also auf der Toilette und ich wusste, dass sie mich nicht leiden kann. Und ich habe voll Angst gehabt, dass sie ausflippt. Wieso konnte sie sie nicht leiden? Das habe ich mich auch gefragt. So ganz genau kann ich Ihnen das jetzt nicht erklären. Von Anfang an, die hat mir das Leben zur Hölle gemacht. So ein bisschen Stutenwissigkeit. Aber sie ist eine Woche vorher vom Chef eingestellt worden, auch für den Empfang. Ja. Ja, das wäre wohl schon denkbar, dass das der Grund gewesen ist, oder? Also irgendeinen Grund muss es jedenfalls geben. Also das Einzige, wie ich es mir jetzt erklären kann, ist, dass sie irgendeine Bedrohung in mir gesehen hat. Es war ganz klar, dass ich nur als Aushilfe dort arbeiten sollte. Und naja, sie hat mich total schikaniert. Ich musste andauernd kopieren, Kaffee holen und erklärt hat sie mir eigentlich auch nichts. Ich wäre ja auch blöd und arbeite meine eigene Nachfolgerin ein. So sehe ich aus. Ja, und das war absolut total unfair. Ich war nur als Aushilfe angestellt. Ich wollte nicht ihre Nachfolgerin werden. Genau, und das hätte ich auch noch glauben sollen, oder? Ich meine, mein Bruder setzt mir da so ein junges Ding vor die Nase, die auch noch gut aussieht. Und die übernimmt dann meinen Job. Ich meine, das war die totale Kampfansage. Hallo? Wie kommst du denn auf sowas? Ja, du hast dir wohl gedacht, dass ich von alleine das Feld räume, oder? So hast du dir das vorgestellt. Aber ich sag dir was, ich lass mich nicht mobben. Weder von dir, noch von so einer blonden Spargelstange. Das muss doch nicht sein, ne? Niemand, niemand wollte dich mobben. Totaler Quatsch. Du kannst dich doch sicherlich daran erinnern, dass Diana ihre Stunden reduzieren wollte. Stimmt, ja. Ja. Wer ist denn Diana weiterhin unter Wahrheitspflicht? Ja, Diana ist unsere Nachmittagshilfe am Empfang. Sie wollte ihrer Mutter ein bisschen helfen, die momentan etwas krank ist. Und deshalb sollte Michelle sie nachmittags auch unterstützen. Und damit sie eben den kompletten Tagesablauf kennt, sollte Michelle in der ersten Woche praktisch den Vormittag arbeiten. Glaubst du wirklich, dass ich so fies wäre, dich raus ekeln zu wollen? Damals hat es zumindest so ausgesehen, ja. Ja, es war aber nicht so. Ich sollte nicht ihre Nachfolgerin sein, lediglich eine Aushilfe. Also meinen Studiumplatz hatte ich sicher und ich wollte mir eigentlich nur bis zum Studium etwas Geld verdienen. Dann sollten Sie mich nicht ersetzen. Und für mich hat das alles zusammengepasst. Ich, vor allen Dingen, als du mich dann gekündigt hast, da war für mich das alles klar. Ich meine, Herr Ralf, was habe ich dir getan? Weißt du, ich habe sogar mein Leben aufs Spiel gesetzt wegen dieser Scheiß-OP. Das weiß ich doch alles. Und ich weiß auch, dass ich das in meinem Leben niemals gut machen kann. Auch nicht mit irgendeinem Job, nicht mit irgendwelchen Privilegien. Aber es ging einfach nicht mehr. Du hast alle meine Warnungen in der ganzen Zeit im Autohaus ständig in den Wind geschossen. Es ging einfach nicht mehr. Ich musste reagieren, bevor die Firma irgendwann pleite geht durch deine ganzen Alleingänge. Du übertreibst total. Nein, ich übertreibe nicht noch so ein paar Anrufe bei irgendwelchen Großkunden, deren Hetze-Dee vergrault. Noch ein paar Einkäufe zu irgendwelchen Preisen, die du gar nicht kennst. Hier ging es um mehr. Hier ging es wirklich um das Autohaus. Hier ging es wirklich um mehr als um ein Paket Kopierpapier. Worum glaubst du, eigentlich ging es für mich? Ich wollte dich unterstützen. Ich habe da meine ganze Kraft reingepackt, damit der Laden läuft, damit du gesund werden kannst. Ich habe es nur gut gemeint. Das ging wohl gründlich nach hinten los. Monika, bitte glaub mir, du bist super am Empfang. Aber du bist eben leider keine Führungskraft. Und deshalb musste ich eben irgendwann reagieren. Du hast es einfach nicht verstanden. Haben Sie mal versucht, ihr das wirklich klar zu machen? Ja, natürlich. Klartext gesprochen. Ja, natürlich, aber... Das hast du nicht, Ralf. Du hättest mir es genau so erklären können. Dann wäre es für mich nachvollziehbar gewesen. Ich habe mir gedacht, du willst mich rausekeln. Ich habe mir gedacht, du hast die Nummer wirklich nur abgezogen, damit du an meine Niere kommst. Verstehst du das? Das ist doch totaler Quatsch. Naja, ob das wirklich Quatsch ist, spielt hier gar keine Rolle. Aber Sie haben zumindest gedacht, erst will er meine Niere. Und jetzt setzt er mir ein junges Ding vor die Nase und will mich rausekeln, obwohl ich doch gute Arbeit leiste. Unheimlich verletzend, oder? Also wenn ich den Gedanken hätte, wäre ich auch sehr verletzt. Waren Sie nach 20 Uhr noch mal im Autohaus, um Ihre persönlichen Sachen, diese Kiste da abzuholen? Und auf dem Weg nach draußen sind Sie da umweg über die Werkstatt gegangen und haben die Aale aus der Werkstatt geholt. Ich hatte so eine Scheißwut in mir. Ich musste die irgendwo loswerden. Irgendwo in den Reifen. Ja, den habe ich zuerst. Ich musste Dampf ablassen. Ja. Dampf ablassen ist gut im Sinne von Luft ablassen. Ja. Am Reifen, okay. Aber dann? Dann kam Ralf dazu und der hat sich vorn übergebeugt, um sich das Loch anzusehen. Und ich habe dann nur noch gesehen, dass er mich gelingt hat, dass er meine Niere hat und dass er die überhaupt nicht verdient. Ich kann das nicht verstehen. Und dann habe ich mir gedacht, du sollst nichts davon haben. Du sollst nichts von meiner Niere haben, weil du mich gelingt hast. Und dann... Ich verstehe das einfach nicht. Wie konnte das zwischen uns wirklich so schief gehen? Wenn du es mir einfach mal erklärt hättest. Einfach erklärt hättest. Aber Ralf, ich wollte... Ich... Glaub mir, dass ich dich nicht töten wollte. Ich wollte dich nicht töten. Ich wollte einfach nur, dass du von dieser Niere nichts hast. Bitte verstehe mich. Ich hätte dann einfach mal eine Frage. Ich würde schon gerne nachfragen. Was haben Sie denn gedacht, als Sie da mit dieser Aale wirklich fünf Zentimeter tiefen Rücken da reingestochen haben? Ich meine, das ist doch nun mal sehr, sehr gefährlich. Was ging dann in Ihrem Kopf vor? Ich meine, Sie haben ja großes Glück, dass er nicht gestorben ist. Ich habe eben nichts gedacht. Ich habe nur gesehen, dass... Ich habe nur... Ich weiß es nicht. Er hat es einfach nicht verdient in meinen Augen, dass er mit meiner Niere rumläuft und dass ich leer ausgehe. Das haben Sie damals so gesehen. Jetzt sehen Sie es möglicherweise anders. Ja, jetzt sehe ich es, klar. Jetzt sehe ich es, klar. Aber Sie wollten, dass er nichts von Ihrer Niere hat. Denn da geht der rechtliche Invest, dass hier auch eine Verurteilung wegen Versuch der Schwerkörperverletzung in Bedacht kommt. Gott. 2,26 Strafgesetzbuch. Noch Fragen an die Zeugen? Keine. Frau Dresden, herzlichen Dank. Da bleiben Sie unvereidigt. Genauso bleibt der Herr Schmidt unvereidigt. Wir haben noch einen Ausschuss aus dem Bundeszentralgerissen. Die Angeklagte ist nicht vorbestraft. Noch irgendwelche Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Stadzweig, bitte. Herr Stadzweig, der Verteidiger hat am Anfang zu viel Kopfarbeit. Die Angeklagte hat versucht, alles mit sich selbst auszumachen, den ganzen Kummer, die ganzen Sorgen. Dann am Ende aber zu wenig Kopfarbeit. Blitzschnell hat sie zugestochen, weil irgendwann dieser ganze Kummer zu viel geworden ist. Ich kann wirklich nur sagen, Frau Schmidt, Sie hätten mit Ihrem Bruder reden müssen. Und ich meine, das gilt auch für Ihren Bruder. Auch er hätte vielleicht noch viel mehr versuchen müssen, auf Sie einzugehen mit Worten. Das ist das ganz große Manko gewesen. Ihr Geständnis jetzt war natürlich wertvoll. Um es mal gleich zu sagen, ich war gedanklich schon beim Vorbereiten und während des ganzen Verfahrens immer wieder bei einem versuchten Tötungsdelikt. Und habe mich dann entschieden, dass eine gefährliche Körperverletzung hier wohl das Richtige sei, dass Sie keinen Tötungsvorsatz hatten. Mit Ihren Worten vorhin wurde auch klar, dass Sie keinen Tötungsvorsatz hatten. Sie sagten sinngemäß, er soll nichts von seiner Niere haben. Also, er soll durchaus leben, aber die Niere, die soll ihm sozusagen abhanden kommen. Er soll auf gut Deutsch zum Dialysepatient werden. Und da spricht der Jurist von sogenanntem Siechtum. Nämlich, Siechtum haben wir dann, wenn man jemanden einen lang andauernden, den Gesamtorganismus erheblich beeinträchtigenden Krankheitszustand versetzt. Und genau das wollen Sie erreichen. Und damit reden wir jetzt nicht mehr nur von einer gefährlichen Körperverletzung, sondern von einer schweren Körperverletzung. Und da komme ich beim besten Willen nicht mehr zu einer Freiheitsstrafe unter zwei Jahren. Problem ist aber, der Gesetzgeber sagt, bei Strafen über zwei Jahren gibt es keine Chance auf Bewährung. Ich beantrage hier eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Und eine Bewährung ist damit ausgeschlossen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Ja, hohes Gericht, werter Herr Staatsanwalt. Ich sehe es naturgemäß etwas anders. Denn, wie heißt es so schön, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Das gilt aber nicht uneingeschränkt, zumindest nicht im Zivilrecht, Herr Staatsanwalt. Denn da ist es so, wenn sich jemand grob undankbar verhält, dann darf man sich es wiederholen. Natürlich kann es jetzt nichts hier für die Niere gelten. Man kann sich nicht einfach seine Niere wiederholen. Aber man muss das im Vorsatz hier berücksichtigen. Denn meine Mandantin ist davon ausgegangen, dass er sie nur eingestellt hatte, weil er an ihre Niere rankommen wollte. Und da ist einfach alles bei ihr durchgedreht. Und das kann man menschlich zumindest nachvollziehen. Und ich kann das, Herr Staatsanwalt. Und deswegen gehe ich ohnehin schon mal von einem minderschweren Fall aus. Und der minderschwere Fall, der beginnt bei sechs Monaten Freiheitsstrafe. Und deswegen komme ich sehr wohl zu einer Bewährungsstrafe. Ich sage hier zwei Jahre auf Bewährung unter der Berücksichtigung. Dass meine Mandantin A, die ihrem Bruder die Niere gegeben hat und B, hier ein Geständnis abgelegt hat und sich C, hier sehr ruhig zeigt. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Schmidt, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie merken, die Diskrepanz ist doch eine gewaltige. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen. Und Sie haben das letzte Wort. Ja, ich schließe mich dem an und es tut mir sehr leid. Dann ziehe ich mich mit den Chefs zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Monika Schmidt ist schuldig der versuchten absichtlichen schweren Körperverletzung. Paragrafen 226 Absatz 1 Nummer 3 Absatz 2 22 und 23 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, der in Verstärkung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte sagt die Kosten des Verfahrens. Jetzt geht noch der Beschluss, die Bewährungszeit dauert drei Jahre. Sie wollten, dass er nichts mehr von dieser Niere hat. Das heißt, Sie wollten ihn so verletzen, dass die Niere nicht mehr funktioniert. Das heißt in der Folge, Sie wollten, dass er wieder Dialyse-Patient ist. Das ist das, was das Gesetz so etwas altmodisch und sperrig in Sichtum verfallen nennt. Das wollten Sie. Zum Glück haben Sie das nicht erreicht. Vielleicht hätten Sie das erreicht, dann wäre nämlich die Mindeststrafe drei Jahre Gefängnis gewesen. Aber auch so haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Und es ist eigentlich bei der Konstellation sehr, sehr schwierig, zu einer Bewährungsstrafe zu kommen. Man muss sich das ja mal vorstellen vom äußeren Ablauf. Sie haben ihn in den Hinterhalt gelockt mit diesem kaputten Reifen. Und als er sich bückt, stechen Sie von hinten ihm in den Rücken. Da würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen, da ist so viel Brutalität, da ist so viel Zerstörungswillen, da ist so viel an gewollter, massiver Folge und an krimineller Energie, dass wir überhaupt nicht darüber reden müssen, ob jemand noch in eine Bewährung kommt. Aber wir haben hier, glaube ich, eine ganz, ganz seltene eigene Situation. Das ist Ihr eigener Bruder, dem haben Sie eine Niere gespendet. Und ich glaube, das kann sich gar keiner, der es selber nicht getan hat, vorstellen, was das bedeutet. Das ist eben nichts, was man einfach zurückholen kann, wie eine Perlenkette oder ein Sparbuch. Und an dem Moment, an dem Tag, haben Sie sich unglaublich gedemütigt gefühlt. Sie hatten das Gefühl, ob das jetzt richtig ist oder nicht, dass er Sie nur ausgenutzt hat. Und ich glaube, da können wir uns nicht reinversetzen, was da in Ihnen an Gefühlen hochkam. Sie haben was von sich gegeben, das Sie nie mehr wiederholen konnten und hatten das Gefühl, dass Sie gelingt worden sind. Und das ist, glaube ich, mit die übelste Art von gelingt zu sein, dass man ein Stück aus seinem Körper ihm aus Liebe gegeben hat. Und man hat das Gefühl, jetzt werde ich weggestoßen. Und Sie haben sich heute entschuldigt, das war ganz ehrlich gemeint, Sie haben Geständnis abgelegt. Deswegen glaube ich, bei dieser besonderen Situation kann hier gerade noch eine Bewährungsstrafe hier verhängt werden. Sie haben noch eine Chance verdient, keine Frage. Ich habe den Urteil gerade auch innerhalb einer Woche Berufung der Vision eingelegt. Ja, Chance verdient. Da muss ich zu euch dahinter schauen, Lea, deine Mutter und dir. Wenn man schon wegen solcher großer Dinge über den Schatten springen kann und eine Chance, eine zweite Chance geben kann, wie leicht müsste es eigentlich Ihnen da fallen? Aber ich habe da schon so etwas vernommen, was in diese Richtung geht. Und ich bin froh, wenn Sie das auch hinbekommen. Für das ist die Hauptpfanne geschlossen. Ich bin froh, wenn Sie das auch hinbekommen. Ich bin froh, wenn Sie das auch hinbekommen. Danke. Danke, dass Sie mich in die Hand zweig entdeckt haben. Darf ich dich in den Arm nehmen? Lea. Egal, okay? Egal, was du anstellst. Du wirst immer meine Tochter sein und ich werde dich immer lieb haben, okay? Sollen wir es versuchen, was das Jugendamt uns vorgeschlagen hat und uns eine zweite Chance geben? Ja. Ich bin froh, ich bin froh. Vielen Dank.